Hallo und komm zu einer neuen Folge LS19 auf der Hofbergmanns. So, älter waren ja alle geduld. Ach, älter sind. Sind alle geduld. So, beide geduld abgeladen habe. Jetzt mal gucken, nachfüllen. Können Sie nichts besorgen machen, eventuell reparieren. Die Spritztechnik dahinten. Komm mal gucken. Da ist die Prümmung nicht größer, die wir verbruchten. Hier auf dem Bild. Ich war ja immer an der Werkstatt vorbei. Jetzt proben wir uns mit dem 700er Feld. also noch schlappen ob ich das verkaufen großer Wache ich bin die quetscht ich vermerke ganz acht und verzeih es immer im Brüthenturm bekomme ich noch ein bissel also im Brüthenturm landen so du morgens so we du 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 w w w Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.